So, hallo meine Lieben, nach wirklich langer Abwesenheit heute ein neues Video von mir und als erstes hier Seitenaufnahme meines Stevens, mit dem ich dieses Jahr drei fantastische Touren hatte. Zum einen die Tour nach Santiago de Compostela, wo ihr ein paar Videos unterwegs bekommen habt. Seht mir bitte nach, ab Spanien war die Verbindung so schlecht gewesen, dass ich keine Videos mehr hochladen konnte. Auch das WLAN in diesen Pilgerherbergen hat, das nicht gewährleisten können. Dann hatte ich im Juli mit meinen beiden Nachbarn eine schöne Tour, wo wir den Harzer Klosterwanderweg gefahren sind. Von Goslar über Thale bis nach Quedlinburg, der war sehr schön. Und dann hatte ich Anfang August eine Radtour mit meinen beiden Cousins, wo wir den Rhein entlang von Konstanz bis nach Koblenz gefahren sind. Aber das soll heute gar nicht so Schwerpunkt sein zu meinem Video-Beitrag, den ich jetzt hier leiste. Sondern die Frage ist, ist es Winter oder der Winter kommt. Was werde ich wohl für ein Projekt haben? Ich sage nur so viel, mein Blog heißt ja Christoph mit dem roten Rad und es dreht sich um ein rotes Rad. Nicht um dieses rote Rad, sondern um dieses rote Rad. Das ist ein Randonneur von Messina. Ich habe mir das bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und möchte das den Winter über aufbereiten, damit ich dann im Sommer damit fahren kann. Jetzt ist die Frage, was ist ein Randonneur? Ein Randonneur ist ein Rennradrahmen mit Rennradbereifung, aber mit Schutzblechen und einem Gepäckträger dran, dass man da so ein paar Taschen dran klippen kann. Und dient dazu, zügige Radwanderungen zu machen. Also im Gegensatz zu dem Tracking-Bike, mit dem man wirklich auch mal ein bisschen abseits das Gelände fahren kann, ist das fast ausschließlich für Asphaltstrecken gemacht. Aber man kann damit eben auch 150 Kilometer am Tag fahren. Ich hatte ja so ein bisschen jetzt die Vintage-Bikes gesehen und habe für mich auch festgestellt, dass ich das ziemlich hübsch finde und habe mir das jetzt hier gekauft. Das war auch nicht allzu teuer gewesen, aber ich muss eine Menge dran machen. Wie ihr seht, ist es schon komplett abgerüstet. Morgen werde ich mich auch in dem Rahmen kümmern, aber alles der Reihe nach. Was ist passiert? Ich habe mir das gekauft und es kam schon in Einzelteilen auseinandergebaut, dankenswerterweise, bei mir an. Und ich werde gleich zeigen, was ich schon gemacht habe. Hier werde ich morgen, ich habe mir extra Kanauberwachs geholt, den Rahmen mit dem Kanauberwachs ein bisschen aufbereiten und aufarbeiten und aufpolieren. Dann habe ich mir auf jeden Fall schon, hoffentlich kommt das nächste Woche, werde ich den Dynamo austauschen. Ich werde die Klingel abbauen und der Lenker wird komplett neu sein, so wie die Lenkerhörnchen, weil die sind wirklich schon ganz schön abgegriffelt. Und wenn ich das soweit fertig habe, denke ich mal im November, Freunde, das wird teuer, wird es wohl auch mal für zwei Tage in die Fahrradwerkstatt gehen, denn ich brauche auf jeden Fall eine neue Kette. Ich brauche vorne zwei neue Kettenblätter, also hat er lediglich zehn Gang, also vorne zwei und oben werde ich zeigen, hinten fünf. Die Kassette hinten muss auch neu, ich muss auf jeden Fall die Bautenzüge gegen neue Bautenzüge austauschen lassen, ich muss die Schutzumwandlung für die Bautenzüge neu machen lassen und ich denke mal, dass ich nicht drumherum komme, auch die Bremsen neu machen zu lassen, Felgenbremse, klassisch für einen Randonneur, mit neuen Gummis zu versehen. Für den Lenker, da habe ich bei meiner Amazon-Wischliste schon ein bisschen was liegen, da muss ich nochmal gucken, was es werden wird, werde ich auf jeden Fall auch nochmal Lenker-Tape kaufen, damit ich das neu einbinden kann. Wenn ich mir einen Ledersattel kaufe, wird das Lenker-Tape auch aus Leder sein und wenn es fertig ist, wird es einen schönen Vintage-Look haben. Ich werde euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, ich denke mal, dass ich nächste Woche schon ein Video laden kann, wenn ich dann den Gepäckträger, die Schutzbleche und die Reifen wieder dran montiert habe und den neuen Dynamo. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich mit euch mal nach oben und zeige schon, was ich so gestern und heute schon angefangen habe und was so morgen auf mich zukommt. Ne, habe ich euch schon erzählt, ich werde morgen gerne Rampolieren. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich aus dem Keller hochgekommen und wie beschrieben ist schon ein bisschen was passiert. Ich habe mir neben dem Wachs eine Tube Autosol bestellt, die ich wirklich brauche, um die Chromfelgen und die Chrombauteile Vordermann zu bringen. Und bei den Schutzblechen sieht man das schon, die waren alle stumpf und matt. Habe ich jetzt gestern in mühevoller Kleinarbeit die Chromteile wieder auf Hochglanz poliert. Das wird, wenn die Reifen fertig sind, dann mit eingebaut werden. Werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche im Video zu zeigen. Die Lampen habe ich auch schon soweit abgebaut. Ich habe LED-Glühbirnen bestellt. Also klar, ich werde das jetzt gegen LED-Glühbirnen und dem neuen Dynamo austauschen. Vintage ist cool, aber wenn ich mit dem Fahrrad fahre, möchte ich schon gerne nach den modernsten Technikstandards gesehen werden. Und da so eine LED-Glühbirne, ich glaube, die ich bestellt habe, die Leuchte mit 80 Lux, da wirst du auf jeden Fall gesehen oder werde ich auf jeden Fall gesehen. Und dann hier, ich habe mich bisher zusammenreißen können, noch nicht das zweite Rad angefangen. So sah die andere Felge auch aus. Weil die Felgen, die ich bekommen habe, die sind, ist halt auch einfach ein altes Fahrrad, matt und stumpf. Und das muss alles in Stand gesetzt werden. Und ja, heute Vormittag habe ich tatsächlich in mühevoller Kleinarbeit die Felge des Vorderrades wieder auf Hochglanz poliert. Und ja, auch jede der einzelnen Speichen wurde von mir einmal angefasst. Hat den Vorteil, dass ich die Speichen noch einmal kontrollieren könnte, ob die alle festsitzen oder einen technischen Defekt haben und ob ich die eventuell noch mal gegen neue Speichen austauschen lassen muss. Das hat bei dem Portarat gezeigt, dass die noch alle intakt sind. Und ja, ich denke mal, das Ergebnis kann sich auch schon echt sehen lassen. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich dann die neuen Reifen draufgezogen habe. Also als ich die auseinandergebaut habe, das Felgenband hatte keine Spannung mehr. Das ist mir in den Händen so zerbröselt, ebenso wie der Mantel. Und die Schläuche habe ich auch, werde ich auch austauschen gegen neue. Dass dann ja einmal komplett neue Bereifung drauf ist. Ich habe mich für den Schwalbe Marathon Plus entschieden. Das ist ein Rennradreifen. Gibt es in der Größe mit so einem Anti-Plattschutz, falls man doch mal abseits des Asphalts ein bisschen fahren muss. Ja, und das wird jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten mein Projekt werden, wo ich dann immer so, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, Stück für Stück an dem Fahrrad ein bisschen rumfriemeln werde. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, wie ich dann hoffentlich mein Fahrrad erfolgreich dann zu Ende instand gesetzt bekomme. Und ja, vielleicht auch mal einen Bericht von meiner ersten Tour auf einem Randonneur. Ich bin bisher noch nie Rennrad oder Randonneur gefahren. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und bin gespannt. Wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich es wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.